Yes, sorry ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin's, Baschkix, für euch am Start mit einem Update-Info-Video. Und zwar wisst ihr Bescheid, ich verlose den Yeezy Foam Runner im Mineral Blue Colorway, Leute, und habe gesagt, dass ihr dieses Video auf 150 Likes bringen müsst. Das ist leider noch nicht ganz passiert und mir dauert es ehrlich gesagt zu lange, bis dieses Video jetzt 150 Likes bekommt. Deswegen habe ich gesagt, okay, bringt das Video auf 115 Likes, Leute, und dann kann ich mich ganz schnell von diesem Schuh hier trennen. Das ist, wie gesagt, jetzt nur ein kleines Update-Video für die ganzen Leute, die in den Startlöchern stehen und mir die ganze Zeit schon auf Insta schreiben, wer denn jetzt gewonnen hat, wie und was. Anscheinend hat das noch nicht jeder verstanden. Leute, ihr müsst meinen Kanal abonnieren, schreibt was in die Kommentare und bringt das Video auf 115 Likes jetzt. Das ist das Update, Leute, auf 115. Keine 150 mehr, sondern 115 Likes. Und dann gehe ich irgendwann so randommäßig durch die Kommentare, suche mir da irgendeinen aus und pinne den dann an und der hat dann automatisch gewonnen. Wie gesagt, Leute, ihr erfahrt alles andere in diesem Video hier. Da müsst ihr draufklicken und dann kommt ihr direkt zum Video. Hier draufklicken und dann kommt ihr zu dem Video, zum Giveaway. Also, bringt das Video auf 115 Likes. Euer Baschkix. Peace.